Herzlich Willkommen zurück zu Rocketly! Team Judo Keks! Wup Wup! Alleine! Was? Alleine! Alleine, allein! Oh Gott, was ist denn los? Boah! Rocket League Championship, wir kommen! Ja genau! Und 2-2! Fast! Aber jetzt! Haben wir denn jetzt schon ein Icon anlassen können? Ja jo! Da war das Spiel rum! Boah, krass! Als wenn das so rumsteht, dann gut ab! Ich? Ja! Ja! Ich hätte nur noch richtig drauf müssen! Aber es war so geplant, Mann! Ui! Ach gut, sind wir jetzt mal fertig! Falsch jetzt oder falsch? Ach du ist doch der Bußkrieg! Mann! Mit dich! Sturfache! Boah! Oh! Ach gut! Das wird nur reichen doch! Ne, Tom, starke! Ne! Ja, da hin wir wenigstens Kurve! Ja! Na! 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 Da hin wir wenigstens Kurve! Ja! Boah! Fickt euch! Wie wenn denn einer von euch kommen will! Ich hab nur damit gerechnet, dass er uns so gut erwischt! Oh! 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 Au! Ach! 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 Ah, gut. Das war fast die Blitzer jetzt dahinter. Doi! Diese Legendarität, obwohl der den Ball auf den Kopf kriegt, ey. Nein! Ah, ich hinde auch gerade. Au! Ah ja, jetzt, wo ich wegfahre, kommt da der Boost. Mensch! Hm? Ich will Boost. Geh nach hinten. Ich will Aufhehl. Bitte Slayer da. Bitte Slayer da. Gut, entschuldigen, gut. Ich weiß. Das ist der Killer-Instinkt, gell? Ja. Oh! Hm. Ähm. Geht! Geht! Ich habe einfach mal alle Autos vorbeigesprungen. Ich probiere es jetzt zum dritten Mal. Hat dich noch nicht ordentlich, ist gescheit reinkommen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Das sind sie an der Wand gedunert, alles wehe. Das sind sie an der Wand gedunert, alles wehe. Ja, ich weiß. 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 und los nummer sicher geht auch schon wieder aufgabe natürlich sofort gemerkt suche ja schneller wenn du weißt du bist langsam keine vorlage für lauchner spiel profi tipp müde von dem dummen gequatsch allerdings profi tipp 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 so was gerade weil sie wisse dass keinen wert hat dann machen wir profi ich habe schon gezielt jetzt kommt der Orgfahrer, Ewe war er noch kaputt, jetzt kommt der Orgfahrer auf Profi hmm ich komme nicht zum trippeln kacke 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 rückpass rückpass schmutzige kerlchen der schein-profi nein habe ich gefehlt ich bin kaputt Oh Yeah Hit this week das war ein überragender pass wie viel zeit er hat sie tut er hat die annahme allein glück die ball ich habe idee du bist so tappig wieso du bist so tappig ich auch ich hatte ja auch am hund zweitemal ja war ich schon spazieren und so spazen auch auch pfff holen uuuhhhhhhhhhh bin ich aber vom profi besseres geworden aber ein bisschen können sie auch schon leid tun auch was klappt ja gar nicht und keiner kennt das so gut wie wir einfach gar nichts klappt hat der spaß jetzt gefällt mich jetzt schucke haha lululululuuu MAM Och MENO Ich will die Mikann X-Arne aus meinem Arne. Du sollst das mal sehen? Woaah! Ich will X-Arne. was wird das nicht so langsam da schon wieder zwei spiele ich habe einen zylinder gekriegt zwei spiele 20 das ist so unglaublich das muss man mehrfach betonen zwei spiele 20 war das zweite spiel ja zwei spiele 20 ich muss pissen bis zum nächsten mal